Juhu, da wären wir nochmal. Ich hoffe mal, es wird dann nicht zu spät nachher für mich. Aber ja, ich habe mich jetzt entschieden, nochmal Tinymon zu streamen, denn das kann ja so nicht weitergehen, dass ich hier nichts mache. Das Projekt habe ich jetzt schon wieder einen Monat einfach liegen lassen. Und diesen Monat ist ja Ende hier, deswegen sollte ich da schon nochmal was machen. Und ja, ich weiß noch nicht was genau, aber ich probiere einfach mal anzufangen. Und zwar brauchen wir ein Dach. Das ist schon mal klar, da sind wir uns alle einig. Hier war ich im Überlegen, glaube ich, noch wie ich das löse. Tja, das ist nicht so leicht. Ich mache es mal Time Add. Ich habe jetzt keine Lust ins Bett zu gehen, da unten. Wieder, ja, es lag dann eh nur wieder oder so. Ich habe in letzter Zeit eh öfter mal Lacks oder Probleme mit Lacks. Ah ja, wir können ja erst mal hier diese Gegend machen, weil da komme ich jetzt gut voran auf die Schnelle. Denn ich habe ja heute auch wieder nicht so viel Zeit. Und da will ich erst mal was geschafft haben, weißt du. Und dann können wir vielleicht noch da drüben mal uns rantrauen. Mal sehen. Dann habe ich jetzt viel Erde. Naja, es geht. Ich hatte ja neulich die gefarmt, also im letzten Stream war das, glaube ich. Und das war am anderen Ende der Map. Na, man immer hier mit dem Essen, dann ist halt. Okay. Ich hoffe mal, dass hier nicht allzu viele Endermen irgendwie rumdoktern. Dann müssen wir natürlich hier drüben auch noch was machen. Hier bin ich ja einfach rein, um zu erforschen, warum das so komisch beleuchtet ist, aber... Hat ja auch nichts gebracht. Achso. Na? Geh doch mal früher live und nicht dann, wenn ich schlafen gehe. Oh, ja. Na ja, ich kann halt früher dann auch nicht, nur sonst würde ich es ja machen. Hm. Ah gut, manchmal gehe ich ja auch vormittags live oder so, weißt du. An anderen Tagen. Kommt da doch mal drauf an, wann ich kann. Das ist eigentlich komplett random. Aber ich will mich da auch nicht festlegen oder so, weil ich sonst gar nicht dazu komme mehr. Wenn ich alles so... Wenn ich mich zum Beispiel dazu zwingen würde, nur noch zu der und der Uhrzeit das zu machen, da käme mir viel weniger auf Tage in Frage. Okay. Wo gehen wir jetzt runter? Das ist die gute Sache oder eine gute Frage. Wollte mal sagen, dass die meisten Erwivaro 5 Teilnehmer die vom letzten Mal sind. Achso, also sind die wieder ziemlich ähnlich so. Haben wir da alle Lust. Das ist ja schon mal schön, dass zumindest die Aktivität gleichbleibend ist, sozusagen. Und die Hälfte von Erwivaro 1. Achso, die auch wieder. Also eine Mischung. Würde ich jetzt mal annehmen. Okay. Mann ey, dieses Brot, gell. Ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich wollte hier dann irgendwo aufhören. Oder sogar hier schon. Nee. Ich weiß gar nicht. Wollte ich außen mit Wasser aufhören oder mit... Feld. Ah, ein Weg würde auf jeden Fall Sinn machen und sowas. Ja, da könnte man eigentlich hier schon runter gehen. Ne. Haben mal wieder Import. Marlon, SuperJDW, Hanni, Mikro. Hanatom, Yannick als Gegner. Vom letzten Mal. Warte mal, wie kann ich jetzt hier so... Und dann 3 Wochen sind noch. Genau. Und deswegen soll ich Schach und Tinymon durchziehen. Geil. Ja, also Tinymon wird auf jeden Fall wichtig. Aber mir ist es auch wichtig, parallel zu Airvivaro jetzt nicht in allen Projekten inaktiv zu werden, ne. Das ist auch klar. Aber ich bin eh noch im Überlegen, wie ich das unter einen Hut krieg. Denn Airvivaro... Mit dem Schneiden. Das war ja letztes Mal echt ein Problem. Dass ich die dann alle hochgeladen krieg. Ich weiß noch nicht, was ich dann aus dem Material mache. Ob ich das tatsächlich alles so als Folgen hochlade oder... Ob ich es vielleicht eher als Best-Of mache. Ginge auch. Aber ich glaube... Ich würde die vielleicht eher nachkommentieren, die Folgen. Und dann kann ich irgendwelche Themen ansprechen. Wird natürlich auch relativ viel Aufwand. Und was ich schon mal sagen kann, die werden nicht mehr dann einen Monat darauf kommen. Also wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Äh... Also 2023. Ich will mich da noch nicht festlegen. Ich muss dann mir noch was überlegen. Es kommt auch darauf an, wie viele Folgen es werden und so. Aber... Ja, ich mach das nicht nochmal wie letztes Mal. Das war nämlich absolut... Ja, absolut, äh... Übertrieben. Genau. So. Hab ich ja auch schon öfter angesprochen auf Ickelz. Ähm... Wann hast du denn eigentlich Ferien? Weil es startet ja... Also... Ja, ich hab keine Ferien in dem Sinne. Ich hab jetzt quasi... Äh... Eine Phase, in der ich meine Bachelorarbeit schreiben muss. Und... Ja... Da kann ich mir das eigentlich auch frei einteilen. Und müsste eigentlich jetzt auch... Langsam... Weitermachen, ne? Also ich hab schon ein bisschen was gemacht dafür, aber... Das sind vielleicht die ersten 0,1 bis 0,2 Prozent... Ne... Mit der ganzen Sache. Würde ich so schätzen. Also es ist auch noch nicht viel gewesen. Von daher... Von daher... Mal sehen. Vielleicht sind's auch schon 0,3 Prozent. Ich kann's nicht so genau sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Warte mal Erde. Wo stand das jetzt? Ah, da ist er gar nicht mehr da. Na super. Ja, also ich hab quasi dann... Die nächsten Ferien in dem Sinne sind die Weihnachtsferien. Und bis dahin... Kann ich mir das auch relativ frei einteilen alles. Also ich hab jetzt keinen klassischen Unterricht mehr. Oder sowas. Aber ich muss eben diese Bachelorarbeit schreiben, ne? So. Ich nehme mal... Ich nehme dieses Mal auch auf und lade es als bestof hoch. Und mache so die größten Fails und die besten Clips. Okay, das hört sich doch schon mal nice an. Da muss das nicht aus Import-Sicht bringen. Ich glaub hier gehen wir noch einen runter. Das ist zu weit oben. Ja, ich mache nochmal hier Tag. Würde was essen. Und ich gehe mal wieder in den Spot, wo wir schon die Erde gefarmt hatten. Da würde ich auch mal das wegreißen. Okay. Ja, ich überlege auch noch, was ich nachher streame. Ob ich dann wieder Topf Attack mache. Also Topf Attack 2. Oder mal heute Infinity. Ne. Ja gut, könnte ich auch. Aber was auch möglich wäre, wäre Tiny Craft Attack 9. Das hatte ich lange nicht und der Server läuft aber wieder. Das würde ich vielleicht mal wieder angehen. Wobei ich gerne was hätte, wo ich einfach loslegen kann, sozusagen. Wo ich nicht so lange überlegen muss. Und da bin ich eigentlich zur Zeit ganz gut in Topf Attack dabei, denke ich. Aber ich weiß es noch nicht. Am liebsten wäre man ja wieder Void. Ne. Aber das geht halt auch nicht. Aktuell. Es werden mehr Fails als gute Clips. Ja, das kann durchaus passieren. Und sage damit gute Nacht. Achso, ja gut. Dann auch gute Nacht an dich. Und bis später, gell. Also ich werde wohl auch in den nächsten Tagen immer mal streamen. Ich weiß noch nicht wann. Ich probiere es einfach immer mal so dazwischen zu schieben. Wird aber auch wahrscheinlich eher später. Denn ich habe jetzt ein Praktikum auch, wo ich arbeiten muss. Und ja. Da kann ich jetzt auch nicht vormittags nächste Woche. Danach muss ich mal gucken. Ist es nochmal ein bisschen anders immer. Naja. Okay, jetzt können wir aber erstmal hier. Ah, na toll. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir erstmal loslegen mit Farmen. Aber ne. Hält nicht mal die ganze Reihe hier durch. Ah gut, dafür kann ich noch einiges einsammeln, was ich habe liegen lassen. Das ist schon mal gut. So. Bin ich auch weit gekommen jetzt. So, da haben wir jetzt ja erstmal genug. Ah, hier war das genau. Hatte ich schon richtig geklickt. So, hier müssen wir ja rein. Na toll. Das wird bestimmt was bringen. So. Nur, dass ich schon mal repariert habe, weißt du. Ne, hinten das richtig in die Form zu bringen, ist natürlich gar nicht mal so leicht, finde ich. Haben wir jetzt gemerkt, denke ich. Hm. Vielleicht reiß ich ja hier mal. Ach, Quatsch. Mach mal da mit. Ja, das war falsch. Ich wollte das so haben. Ich habe leider keine Einzelschaufel dabei, so. Vielleicht hier noch ein bisschen dran. Dann müssten wir uns aber auch auf die Ebene konzentrieren. Mal sehen, wie weit ich komme mit dem Zeug. Und ja, ich würde nicht so lange wie gestern wieder für die Streams aufwenden. Und das war ja ein bisschen viel. Das hat mich dann auch gestört. Da habe ich nämlich, wie ihr ja wisst, dann ewig noch für Top Attack 2 gebraucht. Alter, was ist denn hier los? Weg mit dir, Junge. Kann doch nicht sein. Ach, Junge, ey. Geh weg. Weißt du, wie einen das aufregt, dieser Rotz, ne? So ein Müll. Und ja, heute vor einem Jahr, Alter, ist einfach Tinymon gestartet. Muss man ja auch mal sehen. Es läuft jetzt einfach ein ganzes Jahr, das Projekt. Und vor allem, dass ich ausgerechnet heute streame, ist ja eigentlich ein ziemlicher Zufall. Fällt mir jetzt erst so richtig auf. Ich meine, ich hatte das schon im Kopf noch, ne? Aber ich habe das jetzt nicht so bewusst heute in den Stream gestartet, weil der Jahrestag ist. Oh Mann. Was ist denn das? Ey, ich mache gleich auf Peaceful. Es reicht mir. Es reicht mir wirklich. Das ist ja die absolute Qual. Ich will ja einfach nur bauen. Ich will einfach nur bauen, Junge. Ich fülle ja gleich die Fassung. Es tut mir leid. Ich baue jetzt erst mal hinten weiter. Da will ich da hinten Beruhigung haben. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt folgen die mir bis hier rüber. Ich treffe dieses Scheißvieh nicht. Mann. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich bin gleich tot. Junge, ich kann hier nicht rumschreien, ja? Das ist gerade mein Problem. Das ist das nervigste, das schlimmste Fieber, was ich jemals in diesem Projekt gesehen habe, Alter. Das war noch niemals so schlimm. Bis jetzt. Ich will einfach nur bauen. Junge, ey. Ich werde nicht fertig. Ey, ich kann mich gerade gar nicht beruhigen. Ich esse erst mal, damit das endlich regeneriert. Das hält mir nicht aus, wie das hier die ganze Zeit nicht wieder sich heilt. Junge, ich stream seit 15 Minuten, hab gefühlt was geschafft, was man in 8 Minuten maximal, äh, hinkriegen sollte. Das ist doch nicht dein Ernst. Was war das jetzt wieder? Und wehe, das geht so weiter. Ich kann sowas heute nicht gebrauchen, ja? Es ist mir eh schon wieder viel zu spät. Und ich bin ratlos, was ich danach streame. Das muss ich jetzt alles noch klären. Ja. Also ich könnte noch, äh, irgendein anderes Mod-Projekt. Vielleicht mache ich ja Infinity. Einfach schnell. Denn da weiß ich zumindest, was los ist. Das spiele ich ja eh regelmäßig und Ich glaube, das wäre jetzt das angenehmste, denn Top-Attack wollte ich eigentlich erst mal eine Folge aufnehmen. Danach wieder streamen. Ähm, ich denke mal, ich wäre soweit. Also ich muss jetzt vor der nächsten Folge nicht nochmal streamen. Da kann ich, äh, das lieber für die finale Folge mehr aufheben, dass ich dann nochmal ein paar mehr Fortschritte habe. Also wenn ich die Folge aufnehme, streame ich direkt danach und dann im Laufe der zwei Wochen noch so oft wie möglich. Mal sehen. Und ja, TinyCA könnte ich natürlich heute auch machen. Ja. Aber mache ich lieber demnächst, wenn ich dann am Laptop bin. So würde ich mir das jetzt einteilen. Und dann heute nochmal schnell Infinity. Das geht immer. Da wollte ich eigentlich eh nicht so lange streamen. Das passt deswegen. Und das geht ja auch immer schnell zu starten. Da habe ich jetzt auch nicht so die Probleme. Hier hat zum Beispiel vorhin wieder etwas länger gedauert. Ne. So, ich würde mir mal die Sandblöcke hier genehmigen. Ja, das wird ja dann überdeckt, ne? Wehe, du greifst mich an, alter. Junge, ich höre schon wieder... Wie ich diese Sounds hassen gelernt habe, ne? Also in dem Kontext hier. Ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Ja. Was ist das? Es hört sich an wie ein Vogelschiss. Genau so ein Vieh war das vorhin. Jetzt reicht aber auch mal. Was ist das? Ein Ei. Weg. Sorry, aber... Ich habe dafür wirklich keine Sympathien mehr übrig. Der Bogen ist eindeutig überspannt. Ja. So. Ja, wie mache ich das jetzt hier? Das muss ja irgendwie über den Fluss und... Ich wollte jetzt erstmal generell den Sand haben, um hier... Also ich will den hier so abgrenzen, den Fluss. Dass man das so irgendwie macht. Das ist gar nicht so leicht hier. Vor allem setze ich hier ständig die Blöcke falsch. Mann, geh da raus. Das ist ja schlimm. Jetzt blockieren die das auch noch auf diese Weise. Das bauen. Okay. Du hast dich also für den Weg entschieden. Dann... Hallo. So ein Dreck, ey. Kannst du nicht mehr ordentlich bauen. Das kannst du doch nicht ausdenken. Also ich hoffe, das wird in Pixelmon nicht so. Ich weiß ja gerade nicht mehr, wie das Modpack war. Ist ja schon eine Weile alt. Ich hatte das auch mal irgendwann gesehen und davon mitgekriegt, aber... Bin da nicht so... Im Bilde. So, und jetzt wollte ich eigentlich schon den Stream wieder beenden. Na super, da habe ich ja richtig viel geschafft. Ich mache es einfach mal um. So, naja, den Teil des Flusses hier werde ich dann eben alles trockenlegen. Hier muss ich noch mal schauen, wie ich das angleiche, da braucht man gegebenenfalls auch mehr Erde als vielleicht eigentlich nötig wäre, aber naja, ich mach das mal so. Ich will ja einfach nur mal, dass das hier fertig wird so langsam. Mhm. 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 weg da kann ja wohl nicht wahr sein das nächste, na klar na, nehmen wir den Tintenfisch eben auch noch mit oder er rettet sich da drunter ist mir relativ egal Hauptsache, ähm ich kann hier bauen na, rettest du dich auch da drunter weg? kannst ja in diesen drei Blocken hier leben aber bitte nicht da, wo ich bauen will na, ich glaube, der will nicht ich weiß auch gar nicht, ach so, hier so ein Zeug kriegt man da raus das hatte ich auch schon mal kennen wir noch aus verschiedenen Kisten so, da wird hier alles noch bewachsen mit der Zeit ok ok nicht so, da wird es ist natürlich super dass ich hier zu wenig blöcke habe ich schlafe mal hier kurz an es wird erstmal tag gemacht damit das hier aufhört das ist ja wahnsinn was ist denn das so ein dreck das haben aber wenigstens ein beweis hat sich nach einem jahr zum jubiläumstag hier war durch dieses ding aber super wir schon wieder alles abschmiert finde ich klasse maß nur mein handy ab vom laden hier nebenbei ich bin mal gespannt wann ich mich wieder bewegen kann wäre ja mal schön vielleicht hör ich auch mal auf jetzt aber es kann nicht sein was ist das hier erste chatnachricht des zuschauers hey kannst du mir folgen ich folge dir zurück bin auch live gerade was so ja ich kann dir folgen aber ich bin nicht wirklich aktiv am zuschauen auf twitch aber ich könnte auf youtube folgen oder so das wäre eher möglich also da wird es mehr sinn machen da gucke ich vielleicht dann immer mal rein je nachdem alter das kann doch nicht sein wie lange jetzt stand ich hier eine minute oder so und konnten mich nicht bewegen def infos genau da sind wir richtig dann wo sind jetzt hier irgendwelche mob drops könnt ihr die mal sehen mob jobs hallo das ist doch nicht die kiste sag mal spinnig hier unten natürlich ach wo auch sonst naja ach das ei das habe ich wieder gedroppt gekriegt wenigstens na gut hier hier waren die blöcke das wahrscheinlich auch flint hat das war hier oben ok zäune wo sind zäune ah ja stimmt hier drüben war ja holz vor allem dass da saplings drin sind ist eigentlich auch ungewöhnlich so ich glaube ich wechsle jetzt auch mal das spiel denn jetzt will ich nichts neues anfangen extra wollte nur noch ein bisschen was sortieren und ich gucke noch mal in ritzes kisten ob er wenigstens ein bisschen erde hätte sag mal hä ach nein es stürzt wieder ab jetzt ist das internet weg das war gestern schon so unmöglich kurz bevor ich enden will und noch eine mini sache erledigen weil da wirklich nur noch zehn blöcke fehlen weißt du das will ich halt dann noch durchdrücken und das geht aber nicht weiter noch mal das internet abstürzt natürlich ey ich könnte kotzen junge 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 ist jetzt mal gut ich weiß jetzt auch immer noch nicht was ich danach zocke ja genau jetzt wird stürzt ab ne dann war es das na super das das hatte ich wirklich das ist selten dämlich ja vom spiel also ganz ehrlich ist